Servus liebe Leute und willkommen wieder zu weiteren Episoden von VarioNews. Heute ist Tag 21 und ja, heute ist der Tag, nachdem Winnicraft und BastiGalG gestorben ist, was ich immer noch extrem scheiße finde. Und ja, was heute so ungefähr passiert ist, werdet ihr nach dem Intro sehen. Ja, liebe Leute, und zwar, und zwar, Dr. Banks und Let'sville haben ihre Sachen entchanted. Also, Dr. Banks hat seinen Diamantenhelm entchanted, daraufhin haben die halt sehr viele Sachen geschmolzen und dann ist Gamers Time gestorben. Hallo, Drie hat Gamers Time getötet und das war es eigentlich so mit der Episode, was die anderen Teams machen, habe ich keine Ahnung, so ganz genau. Ich habe nur die Folge von Dr. Banks gesehen und kann euch nur die Informationen herausgeben, was von ihnen ist, denn ich mache jetzt aktuell, weil ich gleich losfahre. Und ja, also, morgen wird wieder eine wahre News-Episode kommen und mal sehen, was morgen alles passiert ist. Also, heute ist nicht so spannend gewesen und ja, also, ich hoffe, dass ihr von einem Werden kommt, nicht vergessen. Ich bin raus und ciao.